Heute widmen wir uns mal einem Betriebssystem, welches nicht lange durchgehalten hat. Und dazu müssen wir einfach mal ganz weit in die Vergangenheit reisen, und zwar ins Jahr 2003. Kleine Erinnerung, das Jahr 2003 ist das Jahr, in dem die Filme Matrix Reloaded und Matrix Revolutions rauskamen. Damals haben sich einige Entwickler zusammengetan, um ein neues Open Source Projekt zu starten mit dem Namen Gnopix. Und der Name kommt nicht von ungefähr. Klaus Knopper, der Entwickler von Gnopix, hat bei diesem Projekt zum Teil mitgewirkt. Und das Projekt Gnopix sollte ähnlich wie Gnopix aufgebaut sein. Es sollte also eine Live-CD sein, basierend auf Debian Woody damals noch, also Debian Version 3. Nur solle es stattdessen Gnome als Desktop-Umgebung verwenden. Und Gnome sah damals aus, was heute der Mate-Desktop ist. Allerdings hat es Gnopix leider nicht bis in die Version 1 geschafft, sondern es hat nur zwei Jahre durchgehalten und war dann leider vom Erdboden verschwunden. Und hier haben wir noch ein paar Bilder. So sah Gnopix damals auch aus. Es war im Prinzip eine ganz normale Gnome-Umgebung, Gnome-Desktop, mit einer Menge Programme schon vorinstalliert. Hier haben wir dann Nautilus als Standard-Datei-Manager. Wir sehen hier auch ein bisschen das Design von Windows XP. Auch das war damals in. Man wollte dann irgendwie auch die XP-Nutzer ein Stück weit abholen. Also hat man in der, ich sag mal, Vermarktung von Linux-Betriebssystemen auch das Design einfach übernommen. Hier gibt es noch das Gnome-Terminal. Gab es damals auch schon mit Hintergrundbild. Dann Game, sehr schön. Das ist so ein Instant-Messenger, sowas wie MSN. Nur Open Source. X-Chat war mit dabei. Dann Gnumeric als Excel-Alternative, weil ich glaube, ich glaube, LibreOffice oder OpenOffice war damals noch nicht so ein Ding. Damals hatte Gnome noch seine eigene Tabellen-Kalkulation. Der Firefox oder damals einfach nur Mozilla-Browser durfte natürlich nicht fehlen. Und hier haben wir noch Evolution als E-Mail-Client. Dann haben wir noch Abivert und G-Edit. Und zwar ist Gnopics wieder auf, erstanden unter einer neuen Domain, Gnopics.com. Und führt uns auf diese Webseite hier, die hier auch noch mal ganz kurz die Geschichte eben anreißt. Ansonsten ist die Webseite hier nicht so richtig hilfreich. Enhance your privacy and security online. Naja, werden wir sehen, ob das wirklich so Privacy und Security wirklich ist. Wobei ich glaube, Security ist falsch geschrieben. Security. Nicht schlimm. So, und ja. Und Linux News hat bereits festgestellt, der Ferdinand Thomas von Linux News hat bereits festgestellt, dass Andreas Müller, so heißt nämlich der Hauptentwickler, auch der Entwickler, der, ich sag mal, Neuauflage von Gnopics Linux ist. Und das ist ziemlich interessant. Wenn ich jetzt hier auf Team gehe, kommt natürlich nichts. Also das Projekt ist noch sehr, sehr neu. Und ich werde hier dann immer umgeleitet auf irgendwelche anderen Seiten. Ja, dann bin ich mal gespannt, wohin die Reise hingeht mit Gnopics. Das schauen wir uns jetzt genauer mal an. Also schnapp dir einen Tee. Los geht's. Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag. Zeit für SonntagsOS. Und heute schauen wir uns mal Gnopics Linux genauer an, was das ist und was es denn macht. Auf distrowatch.com ist bereits die Neuauflage von Gnopics hier hinterlegt. Hier steht auch letztes Update, 4.12. diesen Jahres. Bin ich mal gespannt, ob wir da schon etwas von mitkriegen. Und hier steht auch beschrieben, Gnopics ist ein Debian und Kali Linux basiertes Distribution. Das ist interessant. Also man hat hier Kali Linux mit eingebaut. Und da schauen wir uns mal an, wohin die Reise denn hier geht. So, als allererstes gehe ich hier auf Download. Komme dann hier auf Sourceforge. Und dann nehme ich wie immer den Netcolon-Server, weil der einfach ein bisschen schneller ist hier für mich. Dann kommen wir hier auf die Seite Gnopics NG. So hieß das Projekt übrigens vorher. Mittlerweile heißt es nur noch Gnopics Linux. Und die ISO, die hier runtergeladen wird, ist eine 4 GB ISO. Und da es sich bei Gnopics um eine Beta handelt oder um ein noch nicht ganz so fertiges System, werde ich das Ganze hier in einer virtuellen Maschine heute mal öffnen. Nicht auf echter Hardware. Basiert auf Debian Bullseye, also Debian 11. So, dann machen wir hier 4 GB Speicher und 4 CPU-Kerne. Ich denke, das sollte völlig ausreichen. Hier nehme ich jetzt mal 50 GB Festplattenspeicher. Und hier schreiben wir einfach Gnopics rein. So, OEFI ist in Ordnung. Die Treiber und so weiter, das stimmt auch alles. Dann einmal Installation starten. Und dann wird die ISO gestartet. So sieht dann auch das Grub-Menü aus. Sehr, sehr schön mit eigenem kustomisierten Hintergrund. Und der Rest mit Forensik-Mode und so weiter erinnert doch stark an Kali-Linux. So, hier haben wir dann ein Windows-Logo, ein Windows 10 oder Windows 11 Logo. Ich glaube, Windows 10, Windows 11 hat ja mittlerweile irgendwie so abgerundete Ecken. So, hier haben wir dann also ein Gnome und auch hier ein Windows 11 Hintergrund. Ich werde jetzt mal die Auflösung ein bisschen anpassen. Gut, hier oben haben wir installgnopics.de. Ich möchte mir mal mit einer anderen Applikation mal mit einem Textesitor anschauen, um was es sich hierbei handelt. Okay, installgnopics, Gnopics Installer. Und das Programm, was eigentlich ausgeführt wird, ist installdebian. Ich versuche das jetzt hier nochmal ein bisschen größer zu machen, dass man das ein bisschen sieht. Installdebian, das heißt, es kommt jetzt hier ein Debian Installer. Allerdings über Calamares. Debian selber wird ja normalerweise nicht mit Calamares installiert. Aber warum auch nicht? Calamares ist sehr flexibel, was sowas betrifft. Ist also sehr, sehr schön. Und gut, dann wollen wir hier einfach mal einen Doppelklick drauf machen. Und okay, da muss ich erstmal die Erlaubnis geben. Allow Launching. Okay, jetzt ist dieses rote Kreuz weg. Und ich kann installgnopics ausführen. Und da haben wir auch schon, hier haben wir dann das Debian Hintergrundbild. So, dann einmal auf Deutsch. Einmal weiter. In New York sind wir nicht, sondern eher dort in Berlin. So, dann Tastatur ist Deutsch. Das ist in Ordnung. So, hier haben wir dann die Festplatte. Dann nehme ich dann die normale Festplatte. Da wird mir dann angeboten, ein 300 MB EFI-System und ein EXT4-Root-Datei-System. Und keine Swap-Partition. Wird hier gar keine Swap-Partition angeboten. Möglicherweise wird ein Swap-File erstellt später. Oder es wird völlig weggelassen. Das kann natürlich auch sein. Jetzt werde ich hier erstmal einen Account anlegen. Mit Passwort dazu. Der Name des Computers kann jetzt so bleiben. Lasse ich jetzt einfach mal. Gut, dann haben wir hier nochmal die Zusammenfassung. Und dann gehe ich auf Installieren. Und dann macht er nichts. Ich kann hier tatsächlich auch nichts mehr machen. Selbst wenn ich jetzt Vollbild mache, sieht das dann so aus. Also, der friert hier quasi ein. Aber ich habe das Gefühl, dass er trotzdem was macht. Sieht man ja hier. Speicherbelegung und so weiter. Festplatten. Das heißt, er schreibt schon und macht irgendwas. Und deswegen lassen wir den auch machen. So was ähnliches hat Linux News auch schon berichtet. Hier geht es um die GnopX 2212 ISO. Die haben wir ja jetzt. Die mit Installer ausgelegt ist. Und gleich von Anfang an wurde ich informiert, dass ich mindestens 50 GB zur Verfügung stellen muss. Und deswegen habe ich ja auch nicht umsonst hier gleich 50 GB Festplatte aktiviert. Also von 20 auf 50. In Proxmox ließ sich GnopX trotzdem nicht installieren, da der Installer nach einem Klick auf Installieren jedes Mal einfroren. Und genau das Problem haben wir ja hier auch. Es ist eingefroren. Aber wir lassen es trotzdem mal weiterlaufen. So weiter bin ich dem nicht nachgekommen. Und das mache ich natürlich anders. Also ich warte einfach ab. Ich lasse mich da jetzt von dem Einfrieren jetzt nicht einschüchtern. Und hier schreibt er auch noch, falls Andreas Müller hier mitliest, kann er sich gerne äußern, warum 50 GB nötig sind und warum sich GnopX unter QMU nicht installieren lässt. Das mit QMU werden wir gleich sehen. Das nutze ich ja. Allerdings warum 50 GB benötigt wären oder nötig sind für eine Installation. Ich nehme mal an, dass es eine Standardauswahl an Software geben wird für die Installation. Also irgendwann in naher Zukunft. Die ähnlich wie bei Kali Linux eine Menge Tools nachinstalliert bei der Installation. Oder man kann sie dann sogar hier im Calamares Installer nachher auswählen. Weshalb es notwendig ist, dass gleich von Beginn an ein bisschen Speicherplatz auch verfügbar ist. Und das wird er wahrscheinlich in dieser Installationsroutine von vornherein schon berücksichtigt haben. Auch wenn die Installation aktuell nicht so groß ist. Nur so kann ich mir erklären, warum hier 50 GB von vornherein schon gefordert werden. So, hier steht schon, warum Microsoft Edge. Ja, da kommen wir dann gleich zu, wenn das Ganze installiert ist. Aber wir warten jetzt einfach mal geduldig ab. So, und nach ein paar Minuten öffnet sich dann dieses Fenster hier. Installation gescheitert. Externes Programm mit Fehlern beendet. Und das klingt ziemlich interessant. Wir schauen jetzt mal, was dieser Fehler genau macht. Userbin Bootloader Config beendet mit Exitcode 100. Kann jetzt erstmal alles und nichts bedeuten. So, also das Paket grub.efi.amd64 muss installiert werden, damit grub.efi.amd64 überhaupt installiert werden kann. Und das konnte er quasi nicht finden. Dann würde ich doch mal vorschlagen, wir setzen die Installation jetzt einfach mal manuell fort. So wie es nämlich aussieht, hat er ja, denke ich mal, schon generell etwas installiert. So, auch hier sehen wir Kali Linux. So sieht normalerweise das Terminal in Kali Linux aus. Wurde also sehr viel von Kali Linux übernommen. So, mit LSBLK kann ich mal schauen, ob die Platten hier irgendwo eingehängt sind. Und das sind sie. So wie es aussieht, ist die Bootpartition hier eingehängt. In temp, Kalamares, Root und so weiter. Und die Rootpartition ist hier eingehängt. Sehr schön. Das nutzen wir jetzt einfach mal aus. Mit chroot. Wobei, sudo chroot nehme ich mal an. Und dann nach slash temp, slash Kalamares. Und dann würde ich sagen, einfach mal Enter, ob das funktioniert. Jawohl. So, jetzt bin ich in unsere neue Installation reingeroutet. Und wenn ich jetzt einfach mal Update durchführe, können wir mal schauen, was wir hier so haben. Und ich sehe hier hoffenweise Microsoft-Repos. Dann haben wir Kali Linux Rolling als Haupt-Mirrorliste. Schauen wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Hier gibt es noch Run Live Medium Bookworm. Nehmen wir mal an, das ist das, was auf der ISO drauf ist. Das ist dann, ja, Bookworm quasi. Kann mich aber auch irren. Zumindest ist das hier scheinbar in der Sources-List auf jeden Fall angegeben. So, haben wir hier irgendwelche Fehlermeldungen. Ja, File Not Found, Run Live Medium Dist Bookworm und so weiter gibt es nicht. So, dann sieht das ganz gut aus. Ich habe Steam und Riot noch gesehen. Riot ist für Element zuständig. Steam ist klar. Signal ist auch mit drauf. Okay. Hier kommen wir noch zu Target Packages. Meldungen, das sind aber nur Warnmeldungen. Dann ist diese Microsoft Edge Sachen, die Sources-Liste ist irgendwie doppelt scheinbar. So, hier haben wir auch wieder Fail-to-Fetch-File mit Live Medium. Okay, gut. Dann möchte ich mir doch mal die Sources-Liste anschauen. Ich schaue erst mal nach, ob Vim überhaupt installiert ist. Nein, ist nicht. Aber dann wird Nano installiert sein. Also werde ich das Ganze jetzt mal mit Nano und zwar in ETC, dann Upt und Sources-List. So, und die schauen wir uns mal an. Und hier sehen wir auch die Sources-List Tali. Das ist dann hier quasi das Einzige, was hier im Prinzip in der Sources-List drin ist. Okay, das nehmen wir jetzt erst mal so zur Kenntnis. Ich werde jetzt hier einfach wieder rausgehen und werde mal reinschauen nach CD und dann in die Sources-List D noch reingehen. Denn hier gibt es auch noch einige Listen, unter anderem zum Beispiel Teams, OS Code, Steam, Signal, Riot hatten wir gerade schon. Microsoft Edge haben wir hier zweimal. Da hat er auch schon gesagt, dass es sich hierbei irgendwie um eine Doppelung handelt. Das werden wir uns auch gleich mal angucken mit Nano, Microsoft, Edge und Beta-List. So, die Beta-List, das ist im Prinzip ganz normal Stable-Main, so wie es aussieht. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal eine Raute reinmachen. Steuerung O, Steuerung X. Und dann schauen wir uns die ganz normale Edge-List an. Jawohl, und da sehen wir auch, die ganz normale Edge-List enthält ebenfalls dasselbe Repository, weshalb das Ganze als Fehlermeldung rauskam, dass es wohl gedoppelt ist. Aber was ich hier gerade nicht sehe, ist Debian. Hier gibt es zwar Debian Live-Media-List. Auch da schauen wir mal rein mit Nano. Dann Debian Live-Media-List. Und da haben wir nur Trusted Run Live Medium Bookworm Main. Und die scheint es ja irgendwie nicht zu geben. Zumindest scheint das nicht gefunden zu werden. Und deswegen werde ich jetzt hier einfach mal in dieser Sources-List D einfach eine neue Sources-List anlegen. Und zwar nennen wir die ganz einfach Debian 11.List zum Beispiel. Können wir machen. Nano. Debian. So, legen wir die jetzt erstmal an. Jetzt müssen wir natürlich so eine Source-URL entsprechend angeben. Macht man im Prinzip ganz einfach. Man gibt erstmal das DEP-Archiv an. Das ist da, wo im Prinzip die fertigen Binarys drin sind. Und HTTP, Doppelpunkt, Slash, Slash. Wir nehmen unverschlüsselt. DEP.debian.org. Slash Debian. Dann sind wir schon mal soweit bei Debian. Dann die Version angeben. Das wäre hier in dem Falle Bullseye. Ja, und jetzt gebe ich noch an, welche Komponenten ich denn haben möchte. Und ich nehme einmal Main und Contrib. Und ich nehme auch die Non-Free. Nehme ich auch noch mit, sodass wir das dann haben. So, und ich werde das Ganze hier mal kopieren. Und hier gleichzeitig noch DEP-SRC draus machen. Für den Fall, dass bestimmte Pakete nicht als binär verfügbar sind, als fertige Binarys, kann man hier auch entsprechend über dpkg die Quelldateien herunterladen. Das kann man als Alternative immer so angeben. Ich würde sagen, das reicht so aus. Dann einmal STRG-O zum Speichern und STRG-X wieder raus. Und dann würde ich sagen, Sudo brauchen wir nicht. Einfach Update nochmal durchführen. Und jetzt zieht er sich hier auch sämtliche Sachen direkt von Debian. Und hier sehen wir auch nochmal, dass Live-Medium nicht verfügbar ist. Dann würde ich das gerne mal entsprechend noch abändern. Die Debian Live-List, da werde ich jetzt hier einfach eine Raute davor machen. So kriegen wir dann da auch keine Fehler mehr. Und nochmal ein Update durchführen. Und dann sollte es jetzt ein bisschen besser laufen. So, jetzt haben wir es aktuell so. Sieht das jetzt auch ein bisschen sinnvoller aus. Ein bisschen kürzer diese Liste. Nicht mehr ganz so lang. Jetzt müssen wir noch schauen, dass die richtigen Dateien auch installiert sind. Oder die richtigen Tools installiert sind. Damit wir den Bootloader installieren können. Denn daran ist es ja gescheitert. Der Bootloader ist nicht installiert worden. So, dazu öffne ich nochmal den Dateimanager und gehe in das Root-Verzeichnis. So, da gibt es einen Ordner namens Calamares. Und hier ist im Prinzip, was die Installation betrifft, alle Konfigurationen und Einstellungen drin. Für die normale Desktop-Installation gibt es hier einmal die allgemeinen Einstellungen. Aber mich interessieren die Module. Denn hier werden quasi alle Schritte konfiguriert, die bei der Installation so durchgeführt werden. Unter anderem eben auch bevor Bootloader-Kontext. Daran ist es ja dann gescheitert letztendlich. Nämlich bei der Installation von Grub EFI AMD64. Und dieses Paket gibt es nur im Debian. Und da dieser ja gar nicht hier mit eingetragen wurde, hat er deswegen das Ganze auch nicht gefunden. Ich werde jetzt diesen Teil jetzt hier einfach mal rauskopieren. Komplett. Und hier einfügen. So, das sieht ganz gut aus. Dann hat er hier noch Shim Signed. Hat er auch noch. Das werden wir auch gleich noch übernehmen. So, auch das hat ohne Fehler jetzt geklappt. Das heißt, hier sind wir jetzt mit der Installation des Bootloaders durch. So, dann gibt es noch eine Datei. Die nennt sich direkte-bootloader.conf. Das ist dann diese hier. Und das ist ja das, was er dann im Prinzip ja durchführen sollte. Wo er ja gar nicht erst hingekommen ist. Nämlich Grub Install. Dann Grub MK Config. Und eben die Ausgabe, wohin das gespeichert wird. So, ich habe jetzt einfach Grub Install eingegeben. Das denke ich mal, sollte ausreichen. So, dann als nächstes Grub MK Config. Da wird dann die Konfigurationsdatei von Grub erstellt. Und diese geben wir aus. Mit dem Flag Output. Nach slash boot. Slash grub. Und dann grub.cfg. So, fertig. Und schon haben wir den Bootloader installiert. War dann doch viel weniger aufregend, als man dann erst denken könnte. Zumal ja der Calamares Installer vollkommen eingefroren ist. So, ich würde vorschlagen, wir starten jetzt die Maschine einfach mal neu. Und schauen, ob die Installation so geklappt hat, wie ich mir das vorstelle. So, und schon sind wir hier bei einem neuen Grub Bootloader. Und hier ist im Hintergrund tatsächlich noch das Kali-Bild quasi zu sehen. Also von Kali Linux. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. Und wie du siehst, hat die Installation des Grub Bootloaders ohne Probleme geklappt. Das waren quasi, ja, keine zwei Befehle. So, auch hier haben wir noch das komplette Kali-Hintergrundbild hier zu sehen. So, ansonsten einmal auf Typ. Dann loggen wir uns ein. Und et voilà, wir sind drin und drauf. Und können dann hier auch die Bildschirmauflösung noch anpassen. Es ist bereits alles auf Deutsch umgestellt. Das hat also ohne Probleme geklappt. So, als allererstes, nachdem wir den Bildschirm jetzt die Auflösung angepasst haben, müssen wir auch noch die Tastatur, das Tastatur-Layout noch ändern. Weil aus irgendwelchen Gründen hat ja die deutsche Tastatur nicht übernommen, sondern immer noch die englische. So, das geht aber recht zügig. Und dann entfernen wir die USA. Und dann ist das auch okay so. So, dann möchte ich einfach mal schauen, was wir hier für ein Kernel vorinstalliert bekommen haben. So, das ist 600 Kali 3. Also wir haben den Kali-Kernel von Kali Linux installiert bekommen. Und können jetzt aber auch mit sudo apt-update gleich noch schauen nach Updates und diese auch entsprechend durchführen. Und das ist natürlich sehr zu empfehlen, nach einer frischen Installation auch gleich die Updates durchzuführen. Und das ist hier durchaus eine Menge. Das werde ich jetzt hier einfach mal machen. sudo apt und ich nehme full upgrade. So, das sind ein paar Pakete. 800 MB ist nicht eigentlich zu viel. Und ja, dann warten wir einfach mal ab. So, das Update ist durch und ich habe das System einmal neu gestartet. Und dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal, was jetzt hier so alles vorinstalliert ist. Also Firefox ist der Standard-Browser, der vorinstalliert ist. Und zwar in der Version 102.5 ESR, die Extended Release Version. Und hier sind dann auch noch diverse Links schon hinterlegt. So Bookmarks, die man dann so gebrauchen kann, wenn man dann eben mit Gnopics oder auch mit Kali Linux so arbeitet. Unter anderem gibt es hier einen Link, der nennt sich Gnopics Tools. Verweist allerdings nur auf die normalen Homepage von Gnopics.com. Genauso wie hier Gnopics Linux und Gnopics Docs. Verweist uns hier auf Sihanan Helpdesk. Da kann man ein Ticket erstellen. Gut, weiß ich jetzt nicht, ob man das macht. Dann gibt es hier Gnopics Forums. Und das verweist uns wiederum auf Sourceforge. Und da gibt es hier tatsächlich schon einen Eintrag zum Thema I like to install Gnopics. Und dann haben wir diesen gleichen Fehler, Code 100. Hier haben wir auch genau dieselbe Fehlermeldung, die dieser Nutzer da erlebt. Gut, ansonsten haben wir den Microsoft Edge Browser mit vorinstalliert. Und das ist eine ziemlich kuriose Entscheidung, wenn man bedenkt, dass sich dieses Betriebssystem eben Sicherheit auf die Fahnen geschrieben haben. Security and Privacy, wie man so schön sagt. Und dann eben ein Microsoft-Produkt hier installiert. Hat bestimmt seine Gründe, die ich aber nicht näher erläutern kann. So, des Weiteren ist auch Teams mit vorinstalliert. So, wir haben hier noch LibreOffice. Das ist allerdings ein ziemlich schlechtes Design von LibreOffice. So, des Weiteren Signal ist ebenfalls vorinstalliert. Der Signal Messenger. Da dann einfach entsprechend sich einloggen. Mit seinem Handy kann man das hier alles koppeln. Und dann schauen wir mal, was sonst hier noch installiert ist. So, dann haben wir ganz üblich eine Netzwerkkonfiguration, Archivverwaltung. So, Element ist mit dabei. Das sollte man durchaus kennen. Zumindest ihr solltet Element durchaus kennen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Matrix Space von so einem Typ im Internet. Das ist quasi ja unsere Community, die so ein Typ im Internet Community. Und da kommt ihr dann direkt mit Element rein in den Chat. Das ist quasi sowas ein bisschen wie Discord. So, einen XF Cleaner haben wir mit dabei. Ein paar Erweiterungen. Firegel-Konfiguration. Das ist natürlich sehr gut und sehr interessant. Mit Firegel kann man quasi Anwendungen in einer Sandbox starten. Das heißt, die können dann nicht auf das System darauf zugreifen. Eine sehr gute Anwendung. So, es gibt noch die Firewall, ganz klar. Hier der Gnopix Installer auch nochmal. Kali Tweaks. So, ich habe das jetzt mal größer geöffnet. Also hier kann man entsprechend mehr Security-Pakete noch hinzufügen. Oder eben die Kali-Meta-Packages. Die Kali-Meta ist ja im Prinzip die ganzen Kali-Tools, die in verschiedenen Paketen quasi aufgelistet sind. Und diese Meta-Pakete kann man auch hierüber dann noch nachinstallieren, wenn man sie dann braucht. Auch zum Beispiel komplette Bluetooth-Attack-Tools. Hier kann man dann einfach ein Häkchen reinmachen, dann werden die nachinstalliert. Oder Hardware-Attack-Tools. Dann gibt es im Prinzip das Standard Kali-Linux, was man quasi direkt hier installieren kann. Dann Every Tool in Kali-Linux. Das ist eher nicht zu empfehlen, dass man Kali-Linux Everything installiert, weil das nimmt unfassbar viel Speicherplatz weg. Das ist unfassbar viel. Und das meiste braucht man sowieso nicht. Also hier empfehle ich tatsächlich etwas zu installieren, was man dann auch wirklich braucht, was man dann wirklich haben möchte. Und es gibt aber noch ein paar mehr Meta-Tools, die jetzt hier gar nicht mit aufgelistet sind. Wie zum Beispiel das Forensics-Tool, dann das Kali-Tools-Web für Web-Angriffe quasi. Aber auch Reverse-Engineering und Social-Engineering. Sehr interessant, auch die Kali-Top10. So, wir werden jetzt hier erstmal noch nichts installieren. So, Systemeinstellungen. Was sehr witzig ist, sind die KDE-Systemeinstellungen. Die sind hier irgendwie noch mit drin. Das liegt daran, dass Gnopix ursprünglich, und mit ursprünglich meine ich letztes Jahr, als Andreas Müller das Ganze angefangen hatte, wieder neu aufzubauen, sollte KDE-Neon als Unterlage fungieren und nicht Kali-Linux. Und da sind wahrscheinlich hier die Systemeinstellungen immer noch drin geblieben. Also Kali-Linux kam erst später dazu. So, KeePass-XC ist mit drin. Das ist eine Passwortverwaltung. Das ist sehr, sehr schön. Und hier auch LibreOffice Base und Calculator. Wir können jetzt mal weiter blättern, was wir sonst noch so haben. LibreOffice, ja, Draw & Writer, das ist auch okay. Monodoc ist mit dabei. MPV-Player, sehr schön. OBS Studio ist vorinstalliert. So, hier haben wir nochmal die Qt-5-Einstellungen, die eher für KDE-Neon gedacht waren. Ein Root-Terminal. Software Center ist mit dabei. Nehmen wir mal an, das ist Gnome Software. Software, jawohl, dem ist auch so, warum jetzt hier das App-Store-Logo dafür verwendet wurde, was eigentlich zu Mac gehört. Auch das ist mir ein bisschen ein Rätsel, warum der Andreas Müller das gemacht hat. Stacer ist zum Anzeigen vom Systemstand, aber eben auch zum Bereinigen. Da kann man dann auch Cache bereinigen, überflüssige Programme und so weiter. So, Zuti ist quasi ein Terminal. Das ist ein bisschen einfacheres Terminal als das Gnome-Terminal. Dann Gnome Tweaks ist auf jeden Fall mit dabei. Dann kann man hier sich auch nochmal richtig austoben. Ganz normales Software und Updates. Welches aber scheinbar nicht funktioniert hier auf diesem System. Gut, wie gesagt, das ist ja alles noch nicht so richtig fertig. Clapper, Deluge, Firmware, GIMP ist mit drauf und Transmission. Und hier haben wir dann zwei Tools, oder eigentlich ist es glaube ich nur eins, Nikto, wenn ich mich nicht irre. Ja, es ist nur ein Tool in zwei Kategorien, welche hier drin sind. Und zwar, ja, Nikto. Und Nikto ist ein Tool, um Webserver auf Schadsoftware abzuklopfen quasi. Gut, ist ja jetzt nicht allzu viel drauf. Da kann man dann die Kritik auch von Linux News verstehen, warum hier ausgerechnet 50 GB an Festplattenspeicher gefordert werden, nur für die Installation. So, wir kommen aber noch dazu, dass wir jetzt einfach mal auch noch Kali-Pakete zum Beispiel hinzu installieren können. Wenn ich zum Beispiel, ja, im Prinzip das komplette Web-Tool von Kali Linux installieren möchte, alles was mit Web-Angriffe und so weiter, SQL Injection und solche Geschichten zu tun hat. Wenn ich das installieren möchte, dann kann ich einfach sudo apt installen und dann Kali-Tools. Nicht Kalu, sondern Kali-Tool. Tools. Und wenn ich jetzt nochmal Tab drücke, werden mir hier die ganzen dazugehörigen Tools auch nochmal angezeigt, die ich eben hier verfügbar habe. Da gibt es dann zum Beispiel das Forensics-Tool oder eben auch hier das Web-Tool. Und das nehmen wir jetzt beispielsweise einfach mal Web-Tool-Passwort rein. Und ja, das sind dann tatsächlich eine ganze Menge, die jetzt hier heruntergeladen werden. Alleine 1,5 GB ungefähr werden jetzt heruntergeladen. Und das endet nachher in knapp 5 GB an Daten, die ich gleich hier drauf haben werde. Und ja, die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz. Und dann sehen wir gleich, was da alles nachinstalliert wurde. So, während der Installation bekommt man dann gegebenenfalls noch ein paar Anfragen zur Konfiguration. Hier wird zum Beispiel gefragt, ob SSL-H entsprechend von INET-D ausgeführt werden soll oder eigenständig. Ich sage jetzt einfach von INET-D. Und ehe man sich versieht, ist die Installation auch schon durch. Und dann können wir mal einen Blick jetzt reinwerfen in unsere Programmliste. Ja, und da sieht man, dass es jetzt hier mehrere Kategorien gibt. Unter anderem wurde der Chromium Web-Browser jetzt nachinstalliert. Und zwar vollständig die Kali-Version mit den Kali-Links hier. Und wir sehen dann hier die Kategorien zum Thema Informationsbeschaffung, Datenbank, Passworte, Reversing und Exploiting, Sniffing, Reporting und so weiter. Und das Ganze, wenn einem das ein bisschen zu unübersichtlich hier ist, kann man auch hier oben unter Anwendungen dann sehen. Und dann wird das ähnlich, wie man das von Kali-Linux eben auch kennt, hier auch nochmal alles so aufgelistet. Und dann sieht man hier, nmap ist jetzt mit installiert worden. Dann haben wir hier, Burp Suite ist auf jeden Fall nachinstalliert worden. SQL Map zum Scan von MySQL-Datenbanken. WordPress Scan ist mit jetzt drauf. Diverse Datenbank-Tools. Medusa und John the Ripper. Metasploit ist mit drauf. Jawohl, hier seht man, Metasploit Framework. So, Wireshark ist mit installiert worden. Und noch ein paar Tools mehr. Und unter Usual Applications finden wir dann im Prinzip die üblichen Verdächtigen, die man eben so für den täglichen Gebrauch dann so benötigt. Und so kann man dann im Prinzip seine Gnopix-Installation entsprechend erweitern. Besonders dann, wenn man ein Fan von dem Gnome-Desktop ist und man lieber mit so einem Gnome-Desktop arbeitet. Ja, wie man sieht, Gnopix scheint noch ziemlich am Anfang seiner Karriere zu stehen. Gnome läuft hier auch nicht auf Wayland, sondern auf X11. Ich habe allerdings das Gefühl, dass Gnopix aktuell noch gar nicht so richtig weiß, wo es hin will. Und ich weiß auch nicht, was das Grundkonzept des Entwicklers ist, was er mit Gnopix vorhat. Das ist sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Im Prinzip handelt es sich dabei um nichts weiter als ein normales Debian mit Kali-Linux-Repository-Anbindung. Bleibt also abzuwarten, was wir hier noch in Zukunft sehen werden oder ob auch dieses Gnopix innerhalb von kurzer Zeit in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ.